Ihm macht komische Sachen. Ey, wir haben noch nicht 21 Uhr. Können wir weitermachen? Ja, ist gleich soweit. Ey, frag nur. Einen Spiel können wir noch durch. Ist dir sicher? Nö. Warte mal, ich guck mal, ich guck mal, was ich noch habe. Ich guck mal, was ich noch in die Richtung habe. So, ähm, aus der Reihe von dem Machen habe ich noch, ist das von dem? Ich guck nur kurz, ob das von dem ist. Ne, das ist nicht von dem, dann will ich das erstmal noch nicht. Ähm, äh, äh, äh. Äh. Oh, ich hab da was. Aber das ist wieder ein 3D. Das ist wieder ein 3D. Das kann auch so ein bisschen schwieriger werden. Aber wir werden uns dran wagen. Als letztes. Als letztes machen wir noch ein 3D. Das ist um 22 Uhr so. Wir sind fertig. Hidden Floating City Top Down 3D. Oh Gott. Oh ja. Und das hat wie immer den unsagbaren Preis wie immer. Das hat für jedes auch mit 90%. Das ist wie genau das gleiche. Ah. Okay. Hidden Floating City Top Down 3D. Das ist unser Abschlussspiel für heute. So. Dann kriegst du wieder eine Übertragung. Und wir starren. Oh, es dreht sich nicht. Nein. Hier ist schon mal etwas. Boah, ich muss wieder die Mausgeschwindigkeit höher machen. Also hier die Bewegungsgeschwindigkeit. Sonst geht das nicht. So. Okay. Wir gucken uns erst mal an, wie groß das ist. Niem 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 niem. Oh, das ist gar nicht so klein. Das ist echt nicht so klein, wie ich mir das vorgestellt hab. Okay. Okay. Dann können wir auch noch ein. Okay. Wir suchen. Dann gehen wir auf 50% wieder. So. Wir suchen so eine Pflanze. Pflanze. Es könnte sogar die hier sein. Ist sogar die hier. Die Ketchup-Packung auf einem Tisch. Hier sind Tische. Und hier ist das Schiff. Also muss es irgendwo hier sein. Ich will ranzoomen. Nicht ranzoomen. Ranzoomen. Da ist es. Da ist der Tisch. Ja. Hier. Ketchup. Oh nee, alles. Wir nehmen alles. Hier ist das. Nee, da sind keine Fässer auf dem Schiff. Muss ein anderes Schiff geben. Brauchen ein Schiff, wo wo. Schiffchen? Ja. Gut. Nächste. Ne Mülltonne. Hier ist eine Mülltonne. Die ist doch da drüber. Nee, das ist die nicht. No. Weil da ist eine Palette dahinter. Wir brauchen eine Mülltonne, wo eine. Wo blau und rote Kisten dahinter sind. Da. Oder? Können das die hier sein? Ja. Ja. Ach du Scheiße. Ein Stehtisch oder ein Hocker. Das könnte auch ein Hocker sein. Ein Hocker. Ein Draufsitz-Stehtisch. Hocker müsste Bar sein. Hier. Irgendwo, wo Holz ist. Äh. Der ganz obere wahrscheinlich davon. Nö. Nö. Der da? Ah, der da. Oh. Ein Gato. Oh. Ein Koko-Fan. Ein Ali-Gato. Äh. Wehe, du bewegt sich weg. Sehr hoch bei dem grünen Haus. Da ist er. Ja. Oh, kannst du ihn retten davor. Da wollte das Mädchen fressen. Aber das siehst du auch wieder. Das ist so zusammengewürfelt. Ja. Das ist so. Ach. Okay, den Hai haben wir auch gesehen, der war hier. Ein Titenfisch. Da ist der Titenfisch. Blutblutfisch. Äh. Einer von den Körben. Ist das einer von denen da? Ja. Äh. Ein. Hähnchen? Ein noch nicht umgewandeltes Hähnchen? Hähnchen auf nem Schiff? Ich weiß, dass irgendwo auf dem Dach eins stand. Wo war denn das andere Schiff? Da ist eins. Naja, aber das ist nicht das Schiff, weißt du so. Okay, wir brauchen noch ein anderes Schiff. Es gibt bestimmt noch mehr Schiffe. Da ist ein Schiff. Da ist das Hähnchen. Das ist die Leiter. Die sehe ich von hier aus. Ne, das ist die Leiter nicht. Da ist die oben wahrscheinlich auf dem... Hier oben? Hier oben ist doch gar keine Leiter. Doch, da vorne. Links. Passt recht. Ach du Kacke. Crappy. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Er will mein Geld. Ist er im Haus? Ist er das? Da sieht doch gerade was bewegt. Also Frosch. Das ist ein Frosch. Eins Frosch. Und er springt und springt wieder zurück. Guck mal, wieder dazu, dass Sachen zusammengefüllt wurden. Aber wo ist Mr. Krabs? Da ist Mr. Krabs. Ein Blob unter Wasser. Ein Blob unter Wasser. Wo sehe ich Wasser? Hier sehe ich Wasser. Hier sehe ich Wasser. Wasser, 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 Wasser. Ne. Ne. Es gibt ja noch mehr Bewegung. Es gibt ja noch hier. Da. Oh Gott, die Boje. Okay. Irgendwas mit einem Stein. Irgendwo, wo man Stein dabei sind. Irgendwas, wo man Stein sind. Hier sieht man Stein. Aber hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hm. Hier sehe ich auch keinen Stein. Das müsste dir immer sein, da unten. Wieder? Ja. Okay. Sogar im Hintergrund. Ähhh. Kiste. Kiste. Blaues Haus. Blaues Haus. Hier ist blaues Haus. Blaues Haus mit Fisch. Siehst du die Kiste? Wunderfall. Wunderfall eine Kiste. Kisch. Besser. Fahrrad. Fahrrad? Ne, nicht Fahrrad. Ist nicht das Fahrrad, das wir suchen. Da ist das Fahrrad, das wir suchen. Ja, und da drüber ist das Fahrrad. Das Schlagzeug brauchen wir garantiert auch gleich. Nicht drüber nachdenken. Die haben da auch eins stehen. Cool. Ah, okay. Wo ist ein schwarz gekleidet, das Manneken? Wieso? Das ist nicht ein Manneken. Das ist kein schwarz gekleidet, das Manneken. Ich glaube, das hier ist unser Essen. Ja. Das ist unser anderes Essen? Ne, ist er? Auch nicht. Oder über die Seite von dem? Du hast das Wasser. Hier, das da ist es. Ne. Die Flasche wird scheinbar nicht mehr. Der gleich durch ist, ist die Flasche. Okay, ein Generator. Da. Äh, Schmetterling? Was ist das denn für dünne Stelzen, Alter? Der ist nicht so gesund. Aber Schmetterling? Da, Schmetterling. Schmetterling. Bleib hier. Der sieht generell nicht zu gesund aus. Ah. Er hat einen dicken Bauch, dem geht's gut. Ah, stimmt auch wieder. So, grünes Haus. Hier ist grünes Haus. Das ist auch okay. Das ist das Ding, da ist auch okay, ja. Anderes grünes Haus. Aber das ist eine andere Farbeangst. Das rechte. Das ist es nicht. Das ist blau. Verdammt. Das ist nicht das, was wir suchen. Zurück, zurück. Ja, ja. Weiter, 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 weiter. Weiter hoch. Da, das rechte Haus davon. Das da? Nee. Rechts am Rand. Von deinem Monitor. Das da? Das Haus. Nein, nein. Das Haus, wo du direkt unten jetzt hast. Das da? Ja. Boah. Du hast recht. Okay, die Gitarre ist da oben. Und jetzt. Nee, das ist nicht die. Ein graues Haus. Der Essenskorb davor. Du bist der Essenskorb davor. Gib mir den Essenskorb. Ich will mir das nicht geben. Aber das ist der Essenskorb. Wahrscheinlich brauche ich irgendwas Spezielles davon. Nö. Was brauche ich da denn? Gib mir das Zeug. Jetzt geht's. Okay, etwas vor der Bar. Muss hier sein. Ist weg. Lau. Sushi auf dem Dach. Brauch du nur die Sushi-Stäbchen. Natürlich. Einbach-Gläser. Ja, die suche ich gerade. Da. Eines davon. So. Ach, Krabby. Ja. Aber wo ist der denn jetzt schon wieder? Nee. Ich würde vermuten, das Haus da. Aber hier kommt es nicht. Nee, falsches Haus. Dahinten. Da. Krabby. Krabby! Oh, Skorpion. Was ist das? In der Nähe von einem Schiff. Schiff und Steg. Vermut mal, da rechts oben? Oder da oben sollen? Nee. Oder? Warte mal. Ich zoome mal weiter. Da unten ist er. Komm mal raus, umsieht man. Da unten. Okay. Okay, hier haben wir wieder Pflänzchen. Das ist das da unten? Und das war einer. Standy. Ah, da ist er. Eine Schnecke. Schnecke? Schnecke! Das ist so schlecht als Rechtshaus, oder? Ist das wieder so eins? Nee. Doch, da ist sie. Das wo? Oh, du hast recht. An der Ecke. Schnecke an der Ecke. Bommel, das ist die andere. Die hat nämlich... Die Bass drum. Tamina, Schlote. Jetzt machen wir ja noch, dass die Leute da drin nur... einen Monat sucht für die Gäfte und Kriegen. Ach. Schau dir die an. Du hast eh gesagt, die sehen nicht so gesund aus. Ja, das weiß ich auch nicht. Da ist die Speisekarte. Oh, Kiste. Kiste! Kiste! Da sind Kiste. Welche? Die da? Verstärker. Gitarrenverstärker. Könnte ein Marschallverstärker sein. Weinverstärker. Ich habe keine Ahnung davon. Das war ein Marschallverstärker. Jetzt nicht mehr. Ist das auch mal einer? Das ist eine Pizza drauf. Dann ist eine Pizza, okay. Was ist denn das? Generator. Leiter. Aber wo? Da. Rechts da unten. Bevor den Mann, der nicht so gut aussieht. Ah, wir hoffen. Das ist gerade eben von der Pizza. Roschens. Äh, Lamping-Jungs. Aber welche davon? Wieder. Wow. Das war nur einer. Äh. Noch ein Generator. Mit einem Schiff im Hintergrund. Das muss oben sein. Ja, hast du recht. Muss hier oben sein. Bis hier an der Bar. Tabeltrommel. Und das ist unten wieder mit dem Haus im Hintergrund. Du, 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 da. Hier steh. Mit Mann und Musikinstrumenten. Also hier. Ein roter. Jetzt kommen wir in den Blutkasten. So. Haben wir auch. Und dann nehmen wir die Taube auf dem Dach. Äh. Da. Da ist sie. Yay. Das war's. Ein Täubchen. Ein Täubchen. Ein Träumchen mit der Taube. So. So. So, liebe Leute. Das war's. Ray, du bist entlassen. Du darfst. Du darfst dich jetzt, äh. Lass alle Viere von dir erschrecken. Du hast dich, äh. Hast dich mit mir genug gequält. Einmal wieder das Auge trainiert. Ja, aber im Endeffekt ist es, äh. Ist, sind solche Spiele, auch wenn die jetzt total kacke sind. Solche, äh. Suchspiele sind wirklich gut für den, fürs Gedächtnis. Weil du merkst dir halt auch Sachen. Also Sachen, die total abstrakt waren, wo du dir denkst, wo war das? Das hab ich schon gesehen. Ist wie Memory. Da war ich immer schlecht drin. Aber willst du den Suchspielen gut? Yeah. Ja. Da muss man sich auch nicht merken, was in der verteckten Karten liegt. Das ist richtig. Aber du musst dir trotzdem ungefähr merken, wo es mal war. Ja, das stimmt wohl. Damit du es schneller findest. Sonst musst du, wie bei, bei unserem, äh, anderen Spielen manchmal auch lange, lange suchen oder ganz, ganz nah ranzoomen. So. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt, dass du mitgespielt hast und ich bedanke mich bei den Zuschauern. Ich, äh, wünsche euch einen schönen Abend noch. Das war's mit Rotunis Gaming Area. Bis zum nächsten Mal. Äh, Rotunis. Ciao, ciao. Ooooooooh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020